Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu euch in der weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Letztem haben wir Quay mit Eheproblemen geholfen und heute wollen wir uns ein bisschen mit den Problemen hier in der City befassen. Die direkt vor uns ist ja auch direkt ein Nebenquest. Hey Dearest, du hast eine Minute für mich. Kommer dich, Vitamin Cray. You were married, weren't you? Oh, I didn't know you knew each other. This lady, she's Grey's partner, right? Yes, that's right. What about babies? You guys got any babies? Um... Goodes Thema. So, it seems that even the unflinching Grey can be caught unawares. Can we be done with the tomfoolery? Just tell me what you wanted and quick. It's about the investigation. It was still ongoing until recently, but... Wait. Someone could overhear us if we do this here. I'll prepare a secure location. We can talk in more detail then. What are we even talking about? Nothing that concerns you. Actually, I'm thinking of asking for their help. What? They've been very cooperative in matters like this one. I think you'll find their assistance beneficial. But I will. Will I? Well... Alright. Right then. Rosanna, you can fill them in. Sure thing. Thanks, Monica. Hey, you're a mission. Right. Nobody should bother us here. Now let's hear it. Okay. Well, we've been investigating for a while. And we discovered some suspicious activity from some of our own. City folk. What suspicious activity? My husband here initially asked me if I could do something about the hardliners' aggressive policies. We knew those guys were up to no good. So we were trying to take precautions. Well, listen to this. Apparently, the hardliners might be using city technology to nefarious ends. It sounds like something was stolen from R&D. And we expect that that something will be abused to further their goals. Now we can't say what those are exactly. What could have driven them to this? You have to understand. This place isn't as monolithic as it might seem. Some folks take a really inflexible stance towards issues they might have. No matter how small. That's the long and short of it. Yes. It's just that this time, the problems have come to a head somewhat. We like to avoid unrest within the city as much as is reasonably possible. So I asked my husband for guidance. And additionally, I figured that you might lend your assistance as well. Oh, I see. So that's what's going on here. Yes, of course we'll help. Although you know you could have come to us with this in the first place, right, Gray? Hmm. Sorry about my husband. You know, he's not the most communicative type. Understatement of the year. Oh, it just struck me. Gray's all wrinkly. But you're not. Oh. Oh, you're right. I'm a lot younger than he is, so that's certainly part of it. Right, honey? Hmm. Come on, talk to us, Gray. Communication. You must have heard of it at least. I know he looks like a right grump. He's a good bloke, really. That furrowed brow comes with age, too, I'm sure. Do I have to endure this much longer? Now I get it. I did wonder how a guy like Gray could cope in a place like this. You keep him on the straight and narrow. Oh, dear. You really think so? In any case, those things you collected also seem to have gone for a walk. So in short, you want us to take them back by force? There you go again, just asking for trouble. No need. I'm sure we can resolve this amicably. What I wanted to ask you is if you could collect some more. Some more of what, exactly? Oh, do you mean those things Gray was gathering? Yes, that's right. We've got an approximate location, so let me give you that first. We can handle this, no problem. Looks like we're doing this, G-Dog. Time to saddle up. Yes. I'll do some look on myself as well, I reckon. Don't throw you back out. That should be my line. You're always so reckless. I know. I know. So Gray's what passes for a good bloke around here, huh? I told you not to maunder on. They're going today, Delisle. Wie hieß der Spruch? Hinter jedem großen Mann steckt eine noch größere Frau? Ja. Die Frau hält Gray auf Trab. Oh, hi, Romero. Wie läuft's denn so? Ach, redet nicht so viel über Julia. Ich weiß, dass sie anders heißen, aber es ist 1 zu 1 Romeo und Julia. Wie sehen Sie in dem Einsatzgebiet? Am besten, wir legen uns gar nicht erst mit den Viechern hier an. Vor allem nicht mit den Riesenviechern da. Die nehmen uns auseinander. Wir können das friedlich regeln. Ich gehe einfach vorbei und ihr verprügelt mich nicht. Klingt das nach dem Deal? Gut. Gut, dass wir das geklärt haben. Weil ich gerade, wie ich da hinten überhaupt hinkomme, wo ich hin soll. Ich denke, dass die einzige Möglichkeit diese Höhle ist, aber warum muss ich in ein Level 70er Gebiet? Habe ich doch absolut schlechte Karten. Hier ist jemanden zu beträllern. Das ist eine doofe Stelle zum Sterben ausgesucht. Aber guck mal, so kommen wir dorthin, wo wir auch hinwollen. Ist nur ein bisschen fies halt wirklich, dass wir durch diesen riesigen Schwarm von Level 70er Viechern durch mussten dafür. Das war mega gemein. Das zu sterben ist wirklich keine Kunst dann. Und jetzt sag, äh, äh, mir, ich bin trotzdem falsch. Das wär's. Das ist smart. Ist es supposed to be here? If she had information to passers, it must have come from Monica. That ought to make it trustworthy. Yeah, I'm beginning to wonder. We still haven't found a thing yet. Hmm. Doesn't seem to be anything here either. Doesn't look like it's gonna turn up. How about we just give up and head back already? Hmm. Oi, Grey, you listening? I said... Wait. An ambush, eh? Huh? You finally made it, Grey. And you are? Looks like the info was good. We'll have a bit of your time, if you don't mind. Die wollen Stress. Ihr passt so überhaupt nicht in das Gebiet hier rein. Es ist so von Level 70 und um Regen und dann greift man Level 50 an. Geht nach Hause, Jungs. Ich habe übrigens den Text nicht, äh, weggedrückt. Der ging standardmäßig so schnell vorbei. Der ging standardmäßig so schnell vorbei. We're now living. So repair. Jetzt, ich bereit für einige Wäine. Was passiert hier eben? Sie war vauwlich wie die Nichts. Ja. Ich dachte, sie waren unsere Venture. Ich glaube, sie waren nur unerwart. Sie sind hier um mir zu entsch애ien. Aber wer möchte dich entschätt� pedieren? Sie sind ein Teil der Faktion des Oppositionsfaktions, die du mitgebracht hast? Hmm. Also, diese Soldaten müssen... Sie sind ein Teil der Faktion des Monika, keine Frage. Aber das hat sogar einen Teil der Radikale, wie diese Leute. Die Leute, die sich um die Dinge zu spüren. Spüren zu spüren? Nichts gut, glaube ich. Der Hauptziel ist die Eradigung des Mobius. Aber sie werden nichts zu erreichen, um es zu erreichen. Das ist wo die Probleme beginnt. Sie sehen, dass die Schlagzeichen auf der Bühne sind. Auch Ura Boros sind jetzt in Spiel. All es wird dauern, um die Kommande von Monika zu spüren, und die ganze Stadt wird mobilisiert. Können Sie wirklich so machen? Es gibt Möglichkeiten. Steal genug Levinas von uns. Wicke weg von Monika's Unterstützung. Und bald wird sie offen sein. Es ist schwer zu erzählen, wie sie machen. Aber es scheint, dass sie die Zeit gewonnen haben. Okay. Und was hat das zu tun, um dich zu spüren? Ja. 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 If the others tried to hinder our plans, we might have to actually use this thing. Best we put our plans in motion, ASAP. Seriously? How could our whereabouts have been leaked? The investigation comes later. First, back to the city. Wird das ja doch irgendwie gerettet. Man weiß ja nie. Ja, ich würde gerne hier noch gucken. Vielleicht ist hier vorne ein Reisepunkt. Hier hochklettern war jetzt nämlich nicht so der angenehmste Weg. Wo ich, glaube ich, eher denke, einer von denen ist ein Boss und den könnte man kalt machen. Am besten aber so, dass sie ihn nicht mich kalt machen. Ich hoffe, wir können use of this. We should take good care of that. Mal gucken. Die haben auf jeden Fall Gesichtsaug auf mich. Ja, der, da ist ein Boss, der wäre der Reisepunkt. Okay, dann halt zurück zur City. Grey. You're the guy who works with Monica. There's something I wanted to pick your brains about. Let's hear it. I've heard your Rosanna has been trying to get outside. I see. She was stopped by the soldiers and turned back just like that, they say. Just for my own conscience, I went to check it with the R&D team, but they said she'd not come in that day. Whoa, is she okay? What if she was forced into something by that lot who attacked us? You were attacked? It's nothing. Keep going. Right, well, that's about it. It just seemed a bit fishy, is all, which is why I wanted it noted. What did Monica have to say? Um, about that, she actually took an away team and went out. Something about her request from Rosanna seemed urgent. I mean, I suppose it must have been to get the Boss moving like that. I wonder what that's all about. No clue, but I'll look into it. Appreciate it, really, I do. Somehow I don't feel like sticking my neck out myself here. Grey, do you know where Rosanna could be? I haven't the faintest idea. You seem real relaxed for someone whose partner's missing, pal. She made Monica leave the city and try to go outside herself, too. That does feel rather odd. Furthermore, Rosanna should be aware of the dangers that await a non-combatant on the outside. Right? And if there was something she needed from beyond, couldn't she have just asked Monica? Well, you want to contribute or what? Whatever the case may be, Rosanna's tough. She'll be fine. Huh? I don't know where she went. But I can think of a few people who might. Well then, shall we try asking them? That might be the quickest way. Who will we ask her then? Ein paar Leute, offenbar. Ein Mechaniker und ein altes Freund. Jetzt macht das auch Sinn, dass die direkt, äh, weggegangen ist, die eine, äh, als Grey da ankam. Die hatten da eventuell darüber dann schon gesprochen, über diesen Plan, den sie jetzt gerade ausführen. Ein Mechaniker und ein paar Leute, äh, weggegangen ist, die eine, äh, weggegangen ist, die eine, äh, weggegangen ist, die eine, äh, weggegangen ist. Das Ahmet! Das Ahmet! Das Ahmet! Das Ahmet! Er hat er in den Bereich hingewittert, die eine, äh, weggegangen ist. Das Erster, der находится in der Welt ist, als Die In restoration habe bei zweierter Formation und ein Beispiel mit einemımer, die eine, äh, weggegangen ist. Oder er hat sich die Erde einige mätzung, das Erster, der eine, äh, weggegangen ist. Das Achmetberg ist, dass er, was nachher berührt ist. Oder er hat sich diese große Emますik Έmmelung? ich sehe, einige Relationen haben verändert. gucken was der arzt zu sagen hat das interessiert mich jetzt auch das interessiert mich jetzt es war abgesprochen definitiv das interessiert mich jetzt das sind eigentlich viele informationen die er uns gegeben hat ich glaube andersrum ist es auch nicht viel anders die hat wahrscheinlich auch viel mühe mit ihm das ist nicht die frau die ich zum kranken ausgebracht hatte das ist das ist das ist er ist selber recht alt das ist das ist das ist politik das ist 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 Wie sieht man da aus? Monika ist noch nicht weg, aber Grey ist mit Ouroboros. Der Mann wirklich weiß nicht, wann zu verabschieden. Aber wenn wir nur die Schrauben der Schrauben müssen, alles sollte sich in die Lage sein, richtig? Endlich. Nämlich unser Spiel wird es sein. Natürlich. Es ist sehr Zeit, dass wir diese Sache nutzen. Und ich kann nicht eine bessere Möglichkeit haben. Oh, ja. Sie ist genau wie ich hätte erwartet. Du bist ein dummer, nicht wahr? Dass du die Leute akzeptieren, dann benutzen sie wie du möchtest. Entschuldigung. Was? Die Technologien von R&D immer müssen... ...managiert werden, zu einem gewissen. Wir haben dich sehr nahe. Und du hast noch nie informiert, über unsere Aktionen, zu jemandem. Du hast uns geholfen so weit gebracht. Regardless von den Ergebnissen, du hast deine Bede als unsere Kampflin. Du hast noch nicht mehr Sinn gemacht. Du denkst, der Plan ist zu verlieren? Ich will nicht, dass diese Möglichkeit mich überlassen. Whatever passiert, werde ich meine Marken auf diese Stadt. Ich versuche dir das. Das ist unsere Chance, um die Hände zu verlieren. Keine Worte zu verlieren. Ja. Das ist genau das. Wir haben Ouroboros in unseren Händen. Und wir werden sie nicht behalten. Keine Worte zu verlieren. 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 Gernika. Monika. Sie sind zu schwer. Wir werden eine Verkaufung in der Stadt. Dann benutzen die Verkaufung, um alle Leibnissen zu verlieren. Brilliant! Mit Monika zu verlieren, jetzt ist unsere Worte. Wir werden die Militärin und haben sie die Worte zu verlieren. Als wir die Ouroboros in unsere Worte zu verlieren, alles wir müssen machen, ist die Mobius unter unsere Worte. Sie denken, dass sie sich mit uns zusammenhängen? Selbst nachdem wir all diese Worte zu verlieren. Ha! Sie sind nur ein paar Kinder. Es wird Putty in unseren Händen. Genau. Ja. Putty in unseren Händen. Hm. Wir sind nicht auf jeden Fall schon mal hier. Ich glaube nicht, dass Rosanna ihnen vollständig hilft. Und das haben die auch irgendwie gemerkt. Denke ich mir jetzt gerade. Was wirklich hier? Wir fangen auf eine Gischung durch. Oder alles, was ihm hinter sich. Was er auf dem Karten? Ich versuche jetzt hier irgendwo? Es ist die ganze Menge. Oder in der Autocene? Die Oberlmannste. Und das ist das, was die Oberkauer. Die Oberlangen. Hmm, hier. Wie hast du das wissen? Too viel effort zu erklären. Let's just go. Are all old people this cranky? Beats me. Come on, let's just follow him. Oh, you sniffed us out all the way out here. You're like a right proper hound. Ha, you're right on the money there. He's Vandum's little doggy is what he is. There's nothing for you here, Gray. Go wag your tail somewhere else. Whoa, they're really laying into you. Come on, Gray, give them a real tongue-lashing. No need. What? Sure there is. You're not gonna let these clods make fun of you and have the last word. Hmm. Uruboris are still just kids, and it shows. If they're your latest traveling companions, then, ugh, how the mighty have fallen. If you're here, I assume it's because you figured out our plan. Looks like we'll have to get rough. Or are you gonna sit there like a good pooch and lick yourself? Yeah, I'm not that flexible. First, I'll kill you. You? I'll keep alive for now. Might still kill you later, if you don't tell me anything worthwhile. Well, I knew we were gonna see action today. But this is more than I signed up for. Yeah, doesn't spark around, does he? I mean, Uruboris are your only allies now. Rosanna is on our side. You still wanna fight? Of course. It is, after all, my job. Loyal to our fault. That's a hound for you. But you can't protect the city with that wimpy attitude. Today, this hour, the city will be transformed. And the cause of peace demands a sacrifice. We can help now just against the robot? Yeah. Let me give you a take. Let me give you a take. I'll bring you down. Come on now. Da ich wieder zum Schwanken bringen. Die Maschine kann uns nix. Die Maschine, die gar nix. Die Mammel am. Ich werde aber noch einen kurzen Wind. Darauf habe ich gewartet. Der Automat kann nix. Und damit wollte die Verwirrung stiften. So, ich hatte jetzt mit der Angriffskette erst mal gewartet, bis ich Uruboris-Kommando machen kann. Und das Ding am Schwanken war. Das Ding ist jedenfalls tot. Kaputt. Was? W-What the- What happened? Das war's. Das war's. Ich hab's die ganze Zeit die verraten und nicht andersrum. Gut so. Jetzt geht's auf's Maul. Er hat einfach die Radikalen halt durchgehend verarscht. Sehr gut. Das war's. 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 naja ich komme ins bild zurück war ein langer part jeder lange part muss auch mal irgendwann enden ich hoffe ihr hattet alle spaß beim zusehen in ja aber nicht der lassen und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal einfach dann wieder in der city wieder auf dann suchen wir dort weiter questen auf jeden fall bis dahin sage ich mal ciao und bis dann